In diesem Video geht es um die Berliner Mauer. Ich erkläre dir, was das ist und welche Auswirkungen das auf die Geschichte hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Berlin, die Hauptstadt, wurde ebenfalls geteilt, obwohl sie vollständig in der sowjetischen Zone lag. Um die Auswanderung von Menschen aus Ost nach Westdeutschland zu stoppen, beschloss die DDR-Regierung, eine Mauer zu bauen. In der Nacht zum 13. August 1961 begann der Bau der Berliner Mauer. Die Mauer war mehr als nur eine hohe Betonwand. Sie bestand aus zwei Mauern und einem sogenannten Todesstreifen dazwischen. Dieser Streifen war mit Minen, Stacheldraht und Selbstschussanlagen ausgestattet. Wachtürme und patrouillierende Soldaten machten eine Flucht fast unmöglich. Trotz der Gefahren versuchten viele Menschen über die Mauer zu fliehen. Einige schwammen durch Flüsse, andere gruben Tunnel. Manche kamen in selbstgemachten Heißluftballons oder Autos mit Verstecken über die Grenze. Nicht alle waren erfolgreich und viele verloren ihr Leben. Für die Berliner wurde die Mauer Teil ihres Alltags. Familien und Freunde waren getrennt, Reisen waren nur eingeschränkt möglich. In Ost-Berlin gab es Versorgungsengpässe, während die Menschen im Westen mehr Freiheiten genossen. Die Mauer wurde zum Symbol der Teilung Deutschlands und der Welt während des Kalten Krieges. Die Mauer verstärkte die politische Spannung zwischen Ost und West. Sie wurde zum Symbol des eisernen Vorhangs, der Europa teilte. Internationale Beziehungen wurden beeinflusst und die Mauer wurde ein wichtiges Thema in den Verhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion. Die Mauer inspirierte Künstler, Musiker und Schriftsteller. Graffiti und Kunstwerke auf der westlichen Seite der Mauer drückten den Wunsch nach Freiheit und Einheit aus. Musikgruppen wie Pink Floyd thematisierten die Mauer in ihren Werken. Am 9. November 1989 wurde die Mauer unerwartet geöffnet. Eine missverstandene Pressemitteilung führte zu dem Glauben, dass die Grenzen sofort offen seien. Menschen strömten zur Mauer und die Grenzposten ließen sie passieren. Bald darauf begann die Demontage der Mauer. Der Fall der Mauer führte zur Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990. Das Ende der Teilung wurde mit vielen Feierlichkeiten begangen. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist heute ein nationaler Feiertag in Deutschland. Obwohl die Mauer physisch verschwunden ist, sind ihre Auswirkungen bis heute spürbar. Orte wie das Mauermuseum und Teile der Eastside Gallery in Berlin erinnern an diese Zeit. Die Mauer steht als Mahnmal für die Gefahren der Teilung und die Bedeutung von Freiheit und Einheit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020